Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Aram Ich weiß, ich lade zur Zeit viel Aram hoch Jajajaja Sind sich auch bald Ende Ein paar Dominions Videos werden auch noch kommen Ich werde jetzt im Plan zusammen merken Dass jede Woche ein Fisch anderer Spielmodus kommt Also jetzt z.B. Dienstags Aram Mittwochs Dominion Donnerstag Soll man das wohl Oh, da tust du Treelights Ich bin aber überlegen Und ich würde was denn? Keine Angst Ja Wir spielen Syndra Und meckert jetzt nicht wieder wie bei Kelly rum Wenn ihr bei Kelly gemeckert habt Ich nehm Bisschen Vorwächs auf Nicht zu viel Weil Loll Immer richtig viel Speicherwecken Jetzt würde ich bis jetzt ein bisschen auf die bei Kelly nicht rum gemeckert Können ja passieren Wenn man bei Kelly rummeckert Ich hab bei Syndra ein paar Ein bisschen mehr Skill Aber die Mechanics habe ich nicht drauf Tut mir leid Die habe ich nicht Ja nicht mit Annie Vielleicht Serien Aber nicht mit Syndra Außer mich tauscht es sowieso immer mit jedem Egal ob ich jetzt Varus habe Und mir einer Taric anbittet Dann spiel ich Taric Und bei Varus habe ich die Mechanics drauf Da könnt ihr sagen was ihr wollt Weil ihr mich schon gesehen habt Zu den Schild So kurios gerade im ersten Blick aus Hier startet es mit einem Doran Den Kelch Und Pot Wie das cool ist Dass wir ein Serien haben Ist schon mal wunderbar Weil Serien ist auf Aram eigentlich relativ stark Ich bin Syndra nicht zu Im Team Shit stand auch noch grad Dass die Asche AP gehen soll Was sie aber eigentlich nicht macht Weil ich Asche AP auch noch nie gespielt habe Aua Alter der Schaden Es geht in den Leute Naja fast ne Jetzt soll hier alles zurecht fliegen Dauert bei meiner Maus immer ein bisschen lange bis was an Aber egal Ist egal Ist egal Seht ihr Ich hab die Mechanics total drauf Oh 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 Aber er hat auch einen Kelch Wat Ja Ziel hier macht Damage meine Liebe Len atching Ich hab die Bauern über so von weit mitgegen Ich hab die Bauern über so vorweiten gegeben use it ne shield Anscheinend ist ein shield zu schwack Was widerlich das ist nur so kurz die jahre mit ihm die vorweg in solch mit der größe nun lieber lieber zielen die spüren so ich es will wie ich jetzt will ich habe nicht getroffen da ich kacke bin es hat rot der bestimmte mir hatten hier nur bekommen ich habe getroffen komm ich bin jetzt ein bisschen mehr mit der q nicht mit dem werfen da ich das nicht hinbekomme alter fang dein kack minion ich will treffen leck auf du was wir haben keine kekse ist nicht toll ist gar nicht toll wenn wir mit unserer ulti können wir einen schönen damage raushauen die kugel bleibt nein das war so knapp verdammte wurst erst dabei da kann der krit raus da fuk dann also muss man hier folgt mein lieber sie wissen kannst du blocken nur mal so als tipp das musste machen wenn die bombe auf dich gesetzt wird und auch hast du gut gemacht meine liebe jetzt ich habe zivil getroffen bewundernswert Naja, ich hab gesagt, ich bin mit dem Sinn noch nicht gut, ne? BOOM! Zieht er mit? Ne, ich dachte... Doch! LOL! 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 W short ww... ...W ditte so eine Teammate... Ha! Zu über zu pur, alter! Der ww ist OP, meine Lippin! Ulti, O Penne! Jaja, ich will den hier! Ich hol mir den hier! Ich bin noch full live mit 100 HP! also am aner probleme mit uns jetzt mal wirklich nicht mehr ich habe keine ability putz hat nicht gereicht scheiße hätten hier noch kekse die ender kekse ja man sieht ja ich bin stark kürz fahrg aber akut schütt schüttel ich meine lebe lüge meine lebe lüge mich überhaupt auf ja das tue ich gut dass ich das wir kommen dran hat getroffen ja wir sind in der europäer bernst du es ist ich habe niemand ist bekommen kein auto drauf bekommen okay weil er die beiden gehen ab die kärle und zu tun tun sie auch so langsam gut wir haben mit dem man schon mal den lieben pfarrer kommen bei mir habe ich da auch besser getroffen das vorgeheated weil ich überhaupt keine meiner probleme aus unnatürlichen runden habe alte diese maus ne ist die schon ja leer komm ran auf wir müssen die 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 ich hoffe zu neuen wir haben null kehrt wenn man jetzt von der rahmen map ausgeht wir haben sie müssen wir müssen so sind kann als uns kaufen und zu kaufen und so voll die schuhe und f teams rein das muss es mal reichen weil dann können wir ist ein bisschen mehr mit unseren abilities durch die abgutzeit verringerung um spamen und machen jetzt ein bisschen mehr schaden durch die schuhe ja schon machen der schaden weil man die durchdringung und die fokus nie sommer also ich aber auch keine mitschelte ich mache keinen der mitsch feiten ist ein bisschen hätte hier So jetzt sind wir drüben mit der Fiems Jetzt kommen wir langsame Bomben rein Und ich muss nach der nächsten Aufnahme die Batterien auswechseln Okay Nein, wieso werde ich geholdet? Wieso werde ich geholdet? Oh, der war wegdreht jetzt auch hier und schon, ne? Ja, wir haben zwei Tower Daumen bekommen Ich glaube, ist der 2 auch da? Ne, wir haben einen Daumen bekommen Das war am anderen Boden abgehalten Okay, da haben wir nur einen Tower Daumen bekommen Ja, krieg ich das denn Was ist jetzt wer ist? Kaufen wir uns jetzt mal den Void Staff Ein bisschen mit Davids, glaube ich, aber sonst kommt er nach rein Von mir mit DFG Ja, DFG Was war denn hier, wo ich hier in der Denke? Ich spiele mit aktiven iTunes nicht so gerne Obwohl sie wirklich stark sind, ne? Fuck Okay Ich habe keine Idee So Unser Damage beginnt Ganz langsam Brumm brumm Von der Q Wollt Wollt ihr den Kanonmanion haben? so klar dass ich nicht werfe ich scheiße die lübe du bist tot nicht okay dann eben nicht schläge ich auch noch sagte klappen ich wollte doch gar nicht nein verfließen jetzt alle von dem verarschen die games zielien mit noch verlassen ue lulu und zielien sind weg ernsthaft kregen ich ein ende noch niemals hin ein asche ich treffe auch nichts mehr toll hätte man gewinnen können hätte man gewinnen können das ist das ist das ist das ist Jetzt bei der Go people, go! Fuck Kämpft aber nicht Ich bin wieder ab hier Warwick Spiele nicht Wenn jetzt kannst dann Nee, jetzt ist so zu spät Na, auch wenn wir zu langsam Schaden machen Und dann nichts Weil ich mit Syndra ein bisschen kacke bin Die Syndra kann ich ja einfach nicht durchcarrieren Wie der Ziel hier Und wir können zwar treffen Zum Päller Das ist so Bullshit aber gerade Das ist so Bullshit aber gerade Würde Das ist so Scheiße W��릴게요 Im Dach Das wie gesehen Robert aber schade ist doch nicht die fenster uns ein individuell ist sicher oder für du nicht meine liebe und der feier und dringend feiern auch jetzt und so und das auch Nein! Elf hier! Fuck! Verklickt! Ehrthaft! Take it! Take! Schraub jetzt bitte nicht Sanks Nein! Fuck, Alter Das ist doch scheiße! Fuck! Ja! GG! Andy kriegt das nicht! Die Defense! Es ist halt kacke! Wenn einfach mal zwei gute spiele auch noch einfach aus dem spiel gehen! Auch wenn die beiden jetzt nicht gut gewesen wären! Es werden halt mehr Leute gewesen, die Damage austreiben! Ja, hier auf Aram ist Damage für das wichtiger, wenn man zu betrachten! Ja! Fuck! Ich hab das übrigens nicht gesehen! Ich hab kein... Fuck! Ja! Wann willst du denn von mir? Du kleiner... Penalte! Kannst nichts machen! Zumindest... Mit meinen... Sündras... Kannst nichts machen! Wir potzieren... Wir potzieren... Wenn wir vorliegen... Nehmen wir es mal euch ganz sicherlich nicht! weiter rahm ist eramt empfangen baut der mir auch immer wieder spaß macht davon ist er wechselt aber ich bedanke mich fürs zuschauen dieser wundervollen runde wo wir mal sind dran gespielt haben aber ich schon mal gespielt weiß das kann ist egal also bis zum nächsten mal mit deinem lead of legends bis dann und schau